Neulich haben wir uns gefragt, wenn man einem Bonbon zieht, rechts und links, dann wickelt sich das von selber auf und man kann das Bonbon rausnehmen. Schokominz steht draußen drauf. Minz wie Pfefferminz weiß, sehe ich ja, aber wo ist Schoko? Mal aufbrechen. Vorsichtig! Und da sieht man, innen ist eine Füllung drin. Schoko. Wie kriegen die die Füllung wohl da rein? Nein. Also zum Bonbon machen braucht man erstmal Zucker und Glucose, Baustoff der Natur und ein bisschen Wasser. Und das Ganze kommt in eine Maschine. Da kommt zum Beispiel der Zucker angewackelt und die Glucose und das Wasser kommt von oben und das Ganze wird zusammen in einen großen kupfernen Kessel geschüttelt. Und da gekocht. Und unten an dem Kessel kommt Flüssigbonbon raus. Flüssigbonbon fließt in diese zweite Maschine. Und da wird unter Vakuum, also im luftleeren Raum, die Flüssigkeit entzogen. Achtung, Kesseltausch! Und vorne ist jetzt ein Flüssbonbon drin. Aber ein riesiges. Das wird natürlich mehr als eins. Bis jetzt ist es aber nur süß. Hier kommt der Pfeffermünzgeschmack dazu. Das ist eine Mischung aus Pfeffermünzpulver und Pfefferminzöl. Und damit der Geschmack auch überall hinkommt, wird das mit dieser Zuckermasse verrührt. Und jetzt wird diese immer noch warme Masse auf einen sich drehenden Teller ausgekippt und durchgeknetet. An diesem Teller ist noch was Besonders. Da wird die Masse gekühlt, also immer kälter gemacht. Und immer wieder durchkneten, durchkneten, durchkneten. Und nach dem ersten Teller kommt diese Masse auf einen zweiten Kühlteller. Jetzt noch mal kühler. Und wieder durchkneten. Immer wieder kneten, 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 kneten. Zusammenfalten. Und noch mal durch. Das ist jetzt vielleicht ein Knetbonbon. Oder so. Und diese erste Abteilung, Knetbonbon, fährt jetzt mit dem Aufzug. Und dann wird das wie ein Kuchenteig ausgewalzt. Ich würde mal sagen, Walzbonbon. So, das war die Abteilung Minz. Und jetzt kommt die Abteilung Schoko. Das ist eine Schokoladenmasse. Und davon wird eine gewisse Menge genommen. Die ist auch noch warm, genau wie der Kuchenteig noch ein bisschen warm ist. Und jetzt kommt Schoko auf Minz. Aber wie das Bonbon, was ich eben ausgepackt habe, sieht das noch lange nicht aus. Und dann wird das zusammengeklappt. Und jetzt ist das ein Schoko-Minzbonbon, aber für Elefanten. Und das wird jetzt gestreckt, gezogen und wieder zusammengelegt. Machen Sie so die Bonbons, habe ich gefragt. Nee, nee, das ist nur die Füllung, haben Sie gesagt. Wir müssen noch mal zurück zur Abteilung Minzmasse. Mit der zweiten Portion Knetbonbon passiert was völlig anderes. Die kommt in diese merkwürdige Maschine. Das sind so Arme und die schlagen diese Minzmasse. Und die wird dabei langsam richtig weiß. So wie das Bonbon außen aussah. Das dauert eine Weile. Und wenn das fertig ist, wird diese Masse von diesen Armen runtergewühlt, gewälzt, gezogen, geschoben und fällt in einen Schacht. Und jetzt kommen wir zur nächsten Maschine. Da drehen sich ein paar Walzen. Und zwischen die sich drehenden Walzen wird die Füllung gelegt und von den Walzen rund gemacht. Jetzt müssen wir einen Moment warten, denn die geschlagene Zuckerminzmasse, die eben in den Schacht gefallen ist, ist mittlerweile gewalzt worden. Da kommt sie und kommt als so ein langes Ding an und wird jetzt um die Füllung außen rum gelegt. Zwischen die Walzen, von vorne bis hinten. Also die Minzmasse wird um die Schokomasse drumherum gewickelt. Und wenn das passiert ist, dann sieht man noch was merkwürdiges. Die Walzen sind oben weit auseinander und werden nach unten immer enger. Die laufen zusammen. Und dadurch wird das eine immer dünnere Wurst, bis es eine Schlange ist. Hier also das Schlangenbonbon. Und so sieht das aus. Außen die Minzmasse und innen die Schokofüllung. Und hier werden jetzt aus der langen Schlange einzelne Bonbons ausgestanzt. So sehen die dann aus. Und wenn man es umdreht, sieht man an der Seite den braunen Fleck. Das ist der Rest von der Schokofüllung. Und aus dieser langen Schlange werden natürlich hunderte oder tausende von Bonbons. Die kommen auf dem Fließband, werden dann nochmal abgekehrt, fahren dann nochmal in den Aufzug. Und dann Bonbons bis zum Abwinken. Ach ja, wie die eingewickelt werden, wollte ich ja auch noch wissen. Wie geht denn das? Also, das ist die Bonbon-Einwickelmaschine. Die fallen auf so ein Karussell. Und da wäre sie eingewickelt. Man sieht überhaupt nichts. Moment, der Reihe nach. Also zum Einwickeln braucht man natürlich Papier. Das läuft auf der einen Seite in die Maschine rein. Auf der anderen Seite wird das Bonbon von unten das Papier reingedrückt. Die eine Seite vom Papier drunter gedrückt. Und dann verschwindet es nochmal. Also, Papier hoch, von unten Bonbon rein, Papier runter drücken. Und dann läuft das so eingeschlagene Bonbon über diese Bahn nach oben. Noch ein Stückchen weiter. Und dann kommen außen zwei Greifarme und drehen das Papier an den Rändern zu. So sieht die ganze Maschine aus, wenn sie langsam läuft. Und jetzt nochmal ganz groß. Immer dreimal dreht die Maschine das Papier außen zu, damit ich das dann durchziehen einfach so wieder auswickeln kann. Und all das passiert bei jedem dieser Bonbons. Es gibt die Maschine aus, Dann los, wo 북之 fins und ins UFO� wird.